dass Sie schöne Notizen machen können über diese Präsentation. Mein Name ist Elke Brillando, mein Mann und ich, Guy Brillando und ich, wir sind schon von Anfang an dabei mit Sili bei Design. Wir sind fast drei Jahre schon hier, aber wir sind eine ganz neue Firma, eine ganz neue Company und wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Und ja, wir sind, wie gesagt, ich bin eine Physical Therapist, Krankengymnastik, Massagetherapeutin früher und habe Kliniken geleitet und war auch Personal Trainer und mein Mann war Kampfpilot im Militär, im amerikanischen Militär und auch hat ein Buch geschrieben und wir sind schon seit Jahren in Network Marketing und leben in Colorado und machen dies Sili bei Design vollzeitig und haben also schön gute Erfolge damit und das wünschen wir den anderen auch, die sich hier beteiligen. Aber jetzt genug über mich, ich schalte mal das Video aus, dass Sie sich auf die Präsentation konzentrieren können. Und wie gesagt, Sili bei Design ist eine drei Jahre alte Firma und jetzt, Moment, da ist es. Was ganz wichtig ist, sind die Hinweise für den Haftungsausschluss. Wir können also, es ist so interessant, weil mit diesem Produkt, wir haben so viele Erfolge in verschiedenen Bereichen, in Gesundheit und Wohlbefinden und es ist so profound, aber wir können das natürlich nicht rechtlich bestätigen und das können Sie hier auch sehen. Es ist ganz wichtig, dass wir keine Claims machen. Es ist nicht zur Diagnose, diese Präsentation oder für ein Krankheitsbild zur Heilung. Und das Gleiche gilt auch mit dem finanziellen, Moment, mit dem finanziellen, weil es kann jeder hier Geld verdienen bei Sili bei Design und in Network Marketing, aber die Garantie besteht natürlich nicht, denn es kommt ganz darauf an, wie die Arbeitsethik von jedem Einzelnen ist. Aber das Geld ist hier auf jeden Fall. Wir haben Leute hier, die machen ein fünfstelliges Einkommen hier und monatlich schon und in Network Marketing, wie viele von uns wissen, ist das wirklich möglich. Also jetzt mal ein bisschen mehr über die Company, über das Unternehmen, weil Brad und Marcia Heger, was ganz interessant ist, Brad Heger, er ist eigentlich im Feld. Im Feld ist er bekannt, im Field. Er hat Networking Groups gebildet in vielen Ländern und mit seiner Frau Marcia. Sie hat eine eigene Company schon früher gehabt. Also diese Kombination ist ein Powerhouse, weil der Herr Heger, der kennt sich aus mit Network Building, mit Leuten, wie man am besten was Großes aufbaut und er kennt sich aber auch mit den Zahlen aus. Wie kann man etwas aufbauen, wo beide Seiten gewinnen? Und seine Frau, also es ist wirklich ein super Powerhouse. Und die Company wurde gegründet im Juni 2019. Und Sili ist ein balinesisches Wort. Das heißt Wohlstand, gutes Glück, Schönheit, große Gesundheit. Also es ist schon ein super positives Wort. Und wir sind ein Gesundheits- und Wellnessunternehmen. Und das ist das große Wort, was uns so unterscheidet von anderen Nutritional Companies. Wir sind eine proprietäre Aquaceutical Nanotechnologie. Das ist das, was wir verwenden. Das setzt uns halt weg von anderen Firmen. Und wir benutzen die reinsten und besten bioverfügbaren CBD und CBG-Nahrungsprodukte auf dem Markt. Und halt auch noch andere Vitamine und Mineralien. Aber das erkläre ich dann noch. Und die Gründer, wie gesagt, sind sehr erfolgreich im Feld schon gewesen. Sie haben über 60 Jahre Erfahrung gemeinsam in dem Direktvertrieb. Und sie haben Organisationen in über 100 Ländern aufgebaut mit Tausenden von Mitgliedern und fast einen Umsatz von einer Milliarde Dollar. Also sind wirklich sehr erfolgreich. Die kennen sich aus im Feld und auch als Corporate. Und ganz interessant, warum Sili bei Design? Was ist, wie ist das alles entstanden? Und da ist jetzt ein bisschen Geschichte. Weil der Sohn von Marcia und Brad, Devin, hatte eine ganz, ganz schlimme Wirbelsäuleverkrümmung. Und als er Teenager war, 2014, musste er operiert werden an der Wirbelsäule, um das Begradigen. Und das war also sehr extrem, weil da kamen auch Stressfaktoren und andere Schmerzen mit im Begriff. Und ich erkläre auch später noch ein bisschen mehr. Aber was dann passiert ist, dann, sie haben über 60 Produkte mit 18 verschiedenen Companies ausprobiert, mit CBD und CBG, weil sie eigentlich ein Produkt gesucht haben und wollten dann mit dieser Company im Netzwerk ein Netzwerk aufbauen. Aber das hat nicht geklappt. Die hatten kein Produkt gefunden. Das war also ganz interessant. Aber dann kamen, das ist so schön. Die Marcia hat einen Anruf bekommen von vier Wissenschaftlern. Die haben also neun PhDs und die haben das Sili-Produkt entwickelt. Das hatte damals noch keinen Namen. Und da haben die das ausprobiert mit dem Devin und unwahrscheinliche Erfolge erzielt mit Schmerzmanagement und anderen Dingen. Und so kam Sili bei Design zustande, weil zuerst haben sie gedacht, okay, vielleicht machen wir das einfach so auf dem Internet. Und nach langem Absprachen haben sie sich entschlossen, wir machen, was wir am besten können. Wir machen unsere eigene Network Marketing Company. Weil Brad und Marcia, wir kennen sie schon über 20 Jahren. Und als das noch total im Infant-Stadium war, wir mussten alle so lachen. Wir haben gesagt, meine Güte, ich hätte nie gedacht, dass du deine eigene Company hast. Also wirklich sehr interessant. Und heute sind wir sehr, sehr froh, dass das so zustande gekommen ist. Aber jetzt nochmal, hier sind noch ein paar Bilder von dem Devin. Also es war ganz schön extrem. Ich habe den auch besucht in dieser Zeit, als er dann wieder zu Hause war. Es war eine harte Zeit für den Jungen. Aber jetzt mal zu dem Produkt. Also die, was man wirklich sieht, sind Hautverbesserungen. Also das war so enorm am Anfang, als wir das alle ausprobiert haben. So toll. Also Leute mit ganz verschiedenen Konditionen, Hautkonditionen und so weiter, wurde da verbessert. Und das ist jetzt auch nochmal Devin's Fuß. Weil er hat wirklich Probleme durch den Stress mit der Heilung und überhaupt mit der Operation. Hat er ganz schwere, juckende Hautreizungen gehabt und Schmerzen auch. Und wie gesagt, die Produkte, die sie ausprobiert hatten, haben nicht geholfen, bis er das Sili ausprobiert hat. Und er nimmt regelrecht einen Kärpfel und macht das in den Mund, swischt es für eine Minute ganz rigoros und dann schlucken. Und er hat dann innerhalb von acht Tagen, hat er einen extremen Verbesserungen gemerkt. Also es war schon sehr interessant. Und wir haben das alles mitgekriegt. Es war also ein so schönes Erlebnis. Und die Zukunft von CBD, also jetzt schon ein bisschen über das Produkt, aber von Marketing-Standpoint ganz interessant. Und ich gehe da jetzt gar nicht so drauf ein, weil das sind auch schon veraltete Informationen. Was ganz wichtig ist zu verstehen, wenn man jetzt also über das Network-Marketing-Industrie redet. Die Companies, die aufgebaut werden und was für Produkte sie haben und wo sind sie jetzt in dem Aufbau. Und das finde ich so toll hier bei uns. CBD und CBG ist noch am Anfang. Obwohl das hier bei uns in den USA, das explodiert. Und auch in Europa ist es auch schon. Und von dem Company-Standpoint, wo sind wir im Aufbau? Wo kann man wirklich, wir haben das Momentum noch nicht erreicht, wo wirklich die Company super explodiert. Wir sind ungefähr hier. Wir sind noch in der Formulationsphase. Am Anfang Formulation, wir bilden auf. Und es dauert so ungefähr 18 bis 36 Monate, wo das richtig explodiert. Und auch für uns dann als Distributors, wo man dann wirklich gut nochmal schön verdient. Ich meine, es gibt auch ältere Firmen, wo das schon in Stabilisation ist. Zum Beispiel die ältere Firma wie Amway ist die älteste, die ich kenne. Die gibt es immer noch. Und es gibt Leute, die da auch immer noch Geld verdienen. Ganz klar. Aber es macht mehr Spaß, wenn man im Exploding Growth dabei ist. Und das heißt halt von Anfang an. Das ist jetzt ein bisschen über Marketing. Also da ist Möglichkeit hier. Auf jeden Fall. Und jetzt das Nächste. Moment. Na. Okay. Computer ist ein bisschen langsam. Sorry. Was ist CBD und CBG? Und das kennen wir eigentlich auch schon. Das ist so interessant, weil die Pflanzen eigentlich, die sind schon über 10.000 Jahre alt und wurden für medizinische Zwecke verwendet. Und die sind zwei Elite-Verbindungen in den Cannabis-Pflanzen. Das CBD-Cannabinoil ist bekannt als Superfood, hat so viele, alle Aminosäuren, alle 20 Aminosäuren und sogar die 9 Essential Aminosäuren und wichtige Vitamine wie A, sämtliche B-Vitamine, Omega 3, 6 und 9 und so viele wichtige Mineralien. Und das CBG, das ist eigentlich noch das Mutter der Cannabinoide, ist so interessant auch hier, weil sie haben herausgefunden, dass das CBG sogar noch mehr eine therapeutische Wirkung hat, speziell für Angstzustände, Schmerzen und Entzündungen. Also sehr interessant. Also in diesem Feld ist wirklich, und das sieht man ja auch in der Marktwirtschaft, sehr viele Erfolge mit dem CBD und CBG. Und wir haben die Nanotechnologie, die Aquasutical Nanotechnologie, Aquasutical Zellen Nanosuperclime Technologie. Und wir bestehen ja, unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser und deswegen ist das Wasser auch so ein gutes Transportmittel für Nahrungsmittel und Supplements und so weiter. Und was halt sehr wichtig ist, was wir hier aufgebaut haben, so interessant, weil okay, wir sind 99% aus Wasser, das Gehirn, die Leber, das Gehirn, die Nieren sind 83%, die Lungen 85%, die Augen 95%, Herz und Muskeln 75%, Herz und Muskeln 75%, Wasser und Blut 94%. So ergibt es ja so viel Sinn, dass man ein Produkt irgendwie in Wasser verpackt. Also was ganz wichtig ist, unser Produkt, das Silly Swish, ist nicht mit Wasser vermischt oder infused. Das ist regelrecht, stellen Sie sich vor, das Molekül vom Wasser wird aufgebrochen und dann das CBD, CBG und über 90 Mineralien und Vitaminen, die sind so klein in Partikeln unter 10 Nanometer, werden dann in dem Wasser eingekapselt. Und das ist also so erfolgreich und wir sind die einzigen, das kann ich wirklich sagen, wir sind die einzigen in Silly Bay Design, die das machen und das garantiert. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, was macht uns anders? Es gibt so tolle Produkte in dem Markt, es ist also schon toll, aber hier, wir haben einen Unterschied. Wir haben das Problem der Absorbierung gelöst, weil durch dieses technische Verfahren können wir garantieren, dass das Produkt in jeder Zelle im Körper, dass das 99% von dem Produkt innerhalb von 5 Minuten in jeder Zelle im Körper angelangt. Und das ist auch möglich, weil es nicht durch die Verdauungstrakt geht, es geht direkt in die Zellen. Und das ist das, was uns so unterscheidet. Jetzt nochmal ein bisschen vom Marktstandpunkt aus, wir können das mit jedem Ingredient machen in der Zukunft. Das heißt, wir können jedes Nutritional-Produkt in kleine Partikel, kleiner wie 10 Nanometers verkleinern und dann in Wasser einkapseln und die Absorbierung garantieren. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Und da kann man auch auf der Webseite, es sind mehr Informationen, wo man sich damit befassen kann. Und jetzt mal die Normen, das ist auch sehr interessant, weil wir haben 0 THC, weil hier in Amerika, wenn es heißt, ein Produkt mit CBD und CBG hat 0 THC, heißt eigentlich 0,03, weil die das ja extraktieren. Nein, wir extraktieren nicht, unser Produkt wächst, die Pflanzen wachsen ohne THC und das THC ist das Berauschungsmittel. Das CGMP-konform, das heißt, wir haben einen Stempel auf der Flasche mit dem General Manufacturing-konform. Das heißt, dass die FDA, die schaut, was wir tun und das ist auch gut so, weil wir sind zwar nicht für FDA geregelt, das ist auch okay, kein Nutritional Supplement ist, aber alles, was die Ingredients, was auf der Flasche steht, ist auch in diesem Produkt drin. Das ist Bio-Hanföl aus der eigenen Pflanze, es ist laborgeprüft, klinische Note, ist ärztlich anerkannt, Non-GMO und durch die Absorbierung, weil es nicht durch den Vertrauungstrakt geht, hat es keine Nebenwirkungen. Also es ist 100% sicher, gesund und wohltuend. So, jetzt weiter die Produkte. Unser Vorzeigeprodukt ist also die 50-50-50-Mischung aus CBD und CBG und über 90 Vitaminen, Mineralien, Nootropika, Elektrolyten und die Adaptogenen. Und das ist unsere Flasche, sieht also schön aus, blau, tolle Farbe. Und die Dosierung ist regelrecht die schwarze Kappe, füllt man bis zum Rand und wie vorhin schon gesagt, direkt in den Mund, zwischen ganz rigoros für eine Minute und dann schlucken. Und das ist also für über einen Monat ist diese Flasche, weil wir die erste Woche sind also 36 Dosen da drin, Doses. Und in der ersten Woche im Monat nehmen wir also zwei Caps, das hilft mit dem Detoxen. Das ist also sehr interessant. Und was ist zum Vorteil? Es ist verbessert den Schlaf, fördert gesunde Haut, Entzündungshemmeln, mäßigt Schmerzen und Unbehagen, Hilfe bei Stress- und Angstzuständen, verbessert geistige Klarheit und Fokus, sogar Anti-Aging-Wirkung, das ist ganz toll, und fördert unsere Herzgesundheit. Und die wichtigen Inhaltsstoffe sind wie gesagt schon CBD und CBG, dann ganz wichtig ist MSM, das ist sehr wichtig für die Absorbierung, Boswellia, Ashwagandha, Curcumin, Cordalis, Sarasperilla und Reservatrol, ganz wichtig für Anti-Aging. Und das alles Nano-Size und dann direkt in jede Zelle. Und was ganz toll ist, Einzelhandel für 87 Dollar. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, ich war Bodybuilding Competitor, ich habe alleine, ohne meinen Mann, ich habe mindestens 200 Dollar, 250 Dollar jeden Monat ausgegeben für all diese verschiedene Produkte. Und hier haben wir eine Flasche mit so vielen Mineralien und Ingredients, wo wir einen Schluck nehmen und haben das Vitamin für den ganzen Körper. Und im Einzelhandel 87 Dollar und wenn Sie als Partner einsteigen, ist es 60 Dollar. Also ist es sehr, sehr preiswert, wenn man überlegt, was man alles so in den Körper, was man schluckt und wie viel Geld man ausgibt für die Health und Wellness Produkte. Und hier hat man einen One-Stop-Shop, wie ich so schön sage. Und die Hautverbesserung, wie gesagt, das habe ich schon vorhin erwähnt, die hat man halt gleich gesehen. Und hier ist nochmal Devons Foot zum Vergleich. Dann natürlich, das ist auch sehr, sehr interessant. Das ist eine Bekannte von mir, eine Massagetherapeutin. Und die hat immer durch Stress, hat sie ganz, ganz schlimme Entzündungen in ihrer Hand gehabt. Und innerhalb von zwei Wochen war das weg. Und sie hat das heute noch so erfolgt damit. Und das ist ein Bekannter von uns, Marc, er ist auch ein Krankengymnast. Und er hat so eine, er hat so viel Geld ausgegeben für Cremes und Medikamente und es hat nichts geholfen. Und nach zwei Wochen, so sieht man auf der rechten Seite wirklich die Unterschiede. Und da gibt es halt noch einige verschiedene Hautconditions, die so verbessert worden sind. Und man kann ja, wie gesagt, rechtlich keine Claims. Aber was, was man sagen kann, viele Krankheiten kommen durch ein Mineraldefizit. Und wenn man dem Körper auf einer zellulären Level das gibt, was er braucht, dann kann er sich selbst heilen. Ich meine, es ist auch, muss man aufpassen, was man sagt. Aber es ist so, wenn der Körper funktioniert richtig und dann ist er auch gesund. Und was auch ganz tolle Nebenwirkung war, ist, wir haben gemerkt, dass viele Leute, speziell Frauen, nach einigen Wochen, mehreren Wochen, die haben gemerkt, dass die Haare wieder nachwachsen, speziell wenn sie verdünnt sind. Und es war also auch interessant, wir hatten viel Spaß damit, wo wir Tests gemacht haben, wo die Leute nach dem Duschen haben, sie in dem Siphon geschaut, wie viele Haare da drin sind. Und da sieht man oben rechts schön, wie der Unterschied ist, wo die Haare halt weniger ausfallen und sogar die Haare nachwachsen. Und der Mann unten rechts, der hat sogar 90 Pfund abgenommen mit diesem Produkt, obwohl das Produkt gar nicht zum Abnehmen eigentlich entwickelt worden war. Also ganz interessant. Und wie gesagt, auch wieder gelingt, haben wir jetzt gelernt, dass das auch mit Mineraldefizit zusammenhängt. Und das, das hier ist Science, das ist Wissenschaft. Hier sieht man, Herr Brad Hager hat das Swish abgesetzt und links sehen Sie, da ist eine Mikroskopie, eine Lebensblutanalyse. Finger geprägt, Blut unter das Mikroskop und ohne das Swish sieht man links, wie die Zellen verklebt sind. Das ist also, sieht man schön, wie die Zellen verklebt sind. Und dann hat der Brad Hager, das ist Brad Hagers Blut, hat er gesagt, okay, in zehn Minuten oder fünf Minuten mache ich das nochmal und aber mit dem Swish vorher. Und da sieht man schön, wie sich das Blut dann bewegt, sieht man ganz toll. Und das ist also wirklich Science. Das ist also so viel Erfolg auch mit Chiropraktikern und Ärzten, die mehr auf Wellness basieren, die, wenn sie das sehen, also sind so wirklich total begeistert. Und dann haben wir noch Zusatzprodukte. Ich hole sie alle hoch, was sehr schön ist, zum Beispiel morgens nimmt man das Swish in der blauen Flasche und dann je nachdem, was los ist über den Tag, kann man diese Produkte dann mitverwenden. Das erste ist eines meiner Lieblings, das ist Sleep und zum Schlafen, direkt vorm Schlafen gehen, bevor die Augen zugemacht werden, neun Sprays unter die Zunge, ein bisschen halten und dann schlucken. Vanille-Creme-Geschmack und einen super tiefen REM-Schlaf. Man wacht morgens auf und hat nicht den groggy Feeling, weil vom Melatonin werden viele Leute so irgendwie müde, wenn sie wach sind und wenn sie wach werden morgens. Und dieses, also wirklich ein erfrischendes Wachwerden, man fühlt sich fit und hat halt einen guten Schlaf. Und was halt wichtig ist für den Körper, Regeneration im Schlaf. Und dann der Boost, das ist ein Tangerine-Cest-Geschmack und das finde ich so toll, weil vom Gym her, von dem Training, gibt es ja so viele Pre-Workouts, wo total auferregend sind, wo man regelrecht Gänsehaut kriegt und wird ganz nervös von den Produkten, von den Energiedrinks und ist auch so ungesund. Aber dieses gibt, dieses unser Boost, gibt mehr Fokus und man ist mehr wach und ist eigentlich just mehr da und es ist also ein mehr natürliches Wachsein. Und dann das Serenity, auch sehr interessant, das ist für, wenn man sehr nervös ist oder Angstzustände oder wenn man zum Beispiel in ein Meeting geht oder eine Prüfung schreibt und man ist ganz nervös. Und das gibt so ein Take-for-the-edge-off, wie man bei uns sagt, das ist eine kleine Beruhigung. Aber was ich auch gemerkt habe, bei mir, ich hatte eine Hüftentzündung und wenn ich also mehr Stress hatte, waren die Schmerzen schlimmer. Da hat das Serenity sogar mit den Schmerzen geholfen. Also könnte ich mir vorstellen, mit Kopfschmerzen und so weiter, dass das Serenity und Relief, das nächste Spray, ist für Schmerzen, für chronische Schmerzen oder auch akute. Haben wir sehr gute Erfolge mit Kopfschmerzen oder auch Gelenkschmerzen, sehr viele Erfolge. Und das Trim Peppermint, das ist für Weight Management und wie gesagt, wir sind so neu hier in der CBD-CBG-Industrie. Es gibt gar kein CBD-Produkt für Weight Management, also wir sind die Ersten. Und wir haben so einen kleinen Beta-Test gemacht, als das rauskam. Wir haben also so im Durchschnitt zwei Pfund abgenommen pro Woche, wenn man das Produkt regelmäßig benutzt. Also das ist erschwinglich. Es ist einfach zu benutzen. Die ist eine Credit-Card-Größe. Man kann das einfach in die Tasche stecken. Und im Einzelhandel kostet das 29,95. Und jetzt ist ganz toll, wenn also ein Kunde sagt, okay, ich will das und ich will das Swish-Flasche ab jedem Monat und ich schreibe mich automatisch jeden Monat für Autorship, dann können Sie ein Spray aussuchen und Sie kriegen das gratis, kostenlos. Also unheimlich tolle Insanity. Und dann, wenn man als Partner einsteigt mit Silly by Design, dann kostet das Spray 20 Dollar und man kriegt auch jeden Monat mit dem Autorship von der Flasche Swish dann ein gratis Spray. Ist toll, ne? Jetzt kommen wir zu dem Fun-Part, Vergütungsplan. Wir haben hier zehn verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Erstmal mit dem Einzelhandel-Bonus, mit dem Retail. Und zwar, Sie kriegen eine Webseite mit Ihrem Namen und Ihrer Information. Jetzt kommt jemand zu Ihrer Webseite, bestellt was und da kriegen Sie 25 Prozent von dem Preis als Commission. Was jetzt aber interessant ist, zum Beispiel, wenn man Chiropraktiker oder Hair Salon oder irgendeine solche service-orientierte Geschäfte vielleicht mit einsteigen. Aber viele, zum Beispiel Chiropraktiker, die wollen jetzt vielleicht nicht ein Netzwerk aufbauen, aber sie sind begeistert vom Produkt und wollen das vertreiben. Kann man sie einschreiben als Partner und die sind dann in ihrem Second Level und von deren Kunden, wenn die dann bestellen, bekommen sie eine Kommission von zehn Prozent. Jetzt sagt man, der Chiropraktiker, Mensch, du, ich kenne da jemand in einer anderen Stadt, dem würde das auch gefallen. Kein Interesse am Netzwerk, aber hat Interesse am Produkt und das Produkt an seine Patienten oder Kunden weiterleiten. Dann kriegen sie auf dem dritten Level fünf Prozent von deren Kunden und so weiter vierter Level fünf Prozent. Und das finde ich also ganz toll. Ohne ein Netzwerk richtig aufzubauen, kann man 45 Prozent Handelsbonus hier erreichen. Und wir haben sehr viele Leute, die das machen und auch schön damit verdienen. Was ganz groß ist hier, das ist der Zweite und das habe ich eigentlich noch nie gesehen in einer Company. Bis zu 25 Prozent auf jede, jede Bestellung ihrer persönlichen Partner. Weil oft ist es ja nur so, man bringt jemand Neues zu dem Team und dann kriegt man einen Fast Start Bonus. Und dann ist es nur in dem Team, die Team Commissions. Aber hier jedes Mal, wenn eine Bestellung eingeht von ihrem Partner, können sie bis zu 25 Prozent verdienen. Also das habe ich noch nie gesehen in einer anderen Firma. Jetzt kommen wir zu den Team Commissions. Das ist das Network Marketing Verdienst Prinzip. Und was halt wirklich toll ist, ist hier, wir sind ein Binary System. Wir bilden ein linkes Sales Team und ein rechtes Sales Team bis ins Unendliche. Es ist kein Breakaway. Das heißt, man bildet nicht vier, fünf Levels tief und dann geht es weg oder man muss neu anfangen. Das geht bis ins Unendliche. Und das ist also sehr, sehr toll. Wir helfen Ihnen dann eine Person links, eine Person rechts. Wir helfen damit mit Telefonaten, mit Webinaren und so weiter. Unser Support System ist sehr, sehr groß und sehr wichtig. Und dann bilden wir das Team und bilden es, wie gesagt, bis ins Unendliche. Jetzt sind Sie, wir helfen Ihnen für links und für rechts. Dann helfen wir denen für links und für rechts. Und so sehen, wie das immer weitergeht. Und was halt ganz, das ist wöchentlich und der Computer sieht dann am Ende der Woche, wie viel Business Volume, wie viele Produkte durch jedes Business Center gehen und anhand dieser Zahlen werden sie dann bezahlt. Also es ist enorm. Wir sind noch am Anfang, aber wir haben jetzt jeden Monat, wo wir die Rekorde brechen, speziell in Europa und in den USA. Ja, also obwohl wir noch am Anfang sind, aber wir wachsen. Es ist also ganz toll zu sehen. Und das Maximalbonus ist eine Million Dollar im Monat. Also das ist das Cap. Das nächste ist der Mentoringbonus, Matchingbonus. Was wichtig ist, in einem Netzwerk, wenn man jemanden zum Team zuholt, einen Partner und hilft dem, das ist das Schöne. Wenn wir anderen Leuten helfen, das ist das Tolle an Network Marketing. Wir helfen anderen Leuten, ihr Ziel zu erreichen und wir erreichen unseres automatisch. Und da entsteht eine Synergy, man verdient Geld zusammen und der einzige Unterschied, die Leute, die früher drin waren, ja, die haben ein größeres Team, aber es ist auch möglich für Leute, die später kommen, können mehr verdienen, wie die Leute, die früher da waren. Es kommt darauf an, was in dem Netzwerk vorgeht. Und mit dem Mentoringbonus bis zu 50 Prozent von allen persönlichen Teamprämien der Partner jede Woche. Also das ist das Ganze. Die großen Einkommen kommen hauptsächlich von diesen beiden Prinzipien. Dann haben wir noch Businessbonus. Ich mache das jetzt alles zusammen, weil das ist sehr interessant, weil das habe ich auch noch nicht gesehen in anderen Firmen. Weil oft, wenn man zum Beispiel ein Auto für ein Auto dann bereit ist in dem Bonus, dann darf man sich das Auto aussuchen, das die Firma vielleicht sagt. Es gibt, wir waren mal in einer Company, die hatten BMWs. Man konnte sich nicht sein eigenes Auto aussuchen. Aber hier, was interessant ist, Auto- und Transportbonus. Zum Beispiel, wenn man Meetings hat und man verfährt viel Benzin oder so weiter. Die Company gibt bis zu 1200 Dollar pro Monat für diese Ausgaben, aber sie müssen sie nicht speziell für diese verwenden. Das ist Cash in ihr Pocket. Da können sie machen mit, was sie wollen. Und das gilt auch für Reise- und Besenkonto, wo bis zu 10.000 Dollar pro Monat. Meine Güte, früher, wir haben so viel vor Corona, wir sind so viel rumgereist und das war gut. Man konnte das abschreiben von der Steuer, aber manchmal am Anfang speziell ging das schon ins Geld. Und hier hilft die Firma mit 10.000 Dollar bis zu 10.000 Dollar pro Monat. Und dann, was halt auch, ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist, aber mit Gesundheitsvorsorge und Versicherungsbonus. Wir haben hier, okay, man ist versichert, wenn man irgendwo arbeitet, macht vielleicht Network Marketing teilzeitig. Und jetzt verdient man viel Geld, aber man will seinen Job nicht aufgeben, weil man die Versicherung hat von der Arbeit. Und das ist natürlich dann auch schon ein Faktor. Aber hier, wenn man dann sein Einkommen auf einem bestimmten Level hat, kann man bis zu 1200 Dollar pro Monat von der Firma bekommen und damit seine Versicherung bezahlen. Aber wie gesagt, wenn Sie den Bonus erreichen, alle diese Gelder können Sie benutzen, für was Sie wollen. Sparen oder vielleicht einen tollen Urlaub mit der Familie. Also das ist schön, schön. Und dann diesen Stufenbonus. Das ist, wenn Sie Rang erreichen und diesen Rang dreimal hintereinander, glaube ich, halten, kriegen Sie jedes Mal dann einen Bonus. Das geht von C1 bis zu C12. C1, C12. Das ist bis zu 200. Also der C12 ist 250.000 Dollar. Aber die Summe aller Stufen, allein dieser Bonus dann, wenn man sich auf diesen konzentrieren würde, wären 443.000 Dollar. Also das ist schon riesig. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist Support. Und ich hole das auch wieder alles hoch, weil ich spreche irgendwie alles zusammen. Wir haben eine ganz starke Präsenz in sozialen Medien und wir haben also Posts, die wir benutzen können von der Firma über die App oder auch über Facebook, Instagram, andere Social Medias. Wir haben ein ganz tolles Backoffice, wo man die Business Volume, die Punkte tracken kann, das Team managen und auch eine ganz tolle Databank mit Videos und Support für Trainings. Haben wir auch alles im Backoffice und dann das App selbst. Man kann eigentlich das ganze Business über das App machen. Dann haben wir gerade das Musterprogramm mit E-Mail-Drip-Campaigns und mit Echtzeitanalyse und dann natürlich die wöchentlichen Webinare und Schulungen und natürlich in Deutschland. Wir sind jetzt ein ganz neues Team da drüben und dann machen wir das also viel live auf Zoom und haben auch dann Recordings. Und für die englisch sprechenden Leute haben wir auch sehr viel, wie gesagt, im Backoffice und auch Calls, die dann recorded sind von Herrn Brad Hegel selbst, weil er hat jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat macht er ein Mentoring Call, wo man businessspezifische Fragen, jetzt nicht produktspezifisch, aber businessspezifische Fragen an ihn stellen kann, wie man ein Netzwerk super erfolgreich aufbauen kann. Und das ist also schon toll von jemandem kostenlos da Informationen zu bekommen von jemand, der über 30 Millionen Dollar in dieser Industrie, in diesem Business verdient hat. Und dann, was halt natürlich durch Corona nicht so gut war und hoffentlich kommt das jetzt bald wieder, die Live-Veranstaltungen und Live-Schulungen und die Präsentationen, die Meetings, die live waren und Kongresse und natürlich die jährliche Kreuzfahrt. Aber das ist im Kommen, weil von früheren Jahren, ich kenne, Marcia und Brad haben hart gearbeitet, aber sie machen auch viel, viel Spaß, wenn sie reisen und Partys machen. Das ist also wirklich toll. Aber jetzt, so viel Information, wir haben über den Markt gesprochen, wir haben über das Produkt gesprochen, die Kultur. Wir haben hier eine Firma durch Brad und Marcia, wir haben ein Heim gefunden. Es gibt viele Network-Marketer oder Leute, die hüpfen von Company zu Company oder Produkt zu Produkt. Wir haben hier das also erreicht, dass man ein Heim hat. Wir bilden eine sehr, sehr gute Foundation und wir bilden für die Zukunft. Aber wie kann man hier anfangen? Die Optionen, die erste, das ist mal die Mitgliedschaft. Aber das könnten wir eigentlich schon streichen, weil mit den anderen Paketen, die wir haben, ist die Mitgliedschaft schon frei. Also man kann die Mitgliedschaft machen für 39,95, aber dann hat man kein Produkt, aber es gibt eine Position im Netzwerk. Aber warum? Weil die nächste ist besser, weil das Consumer Pack für 99,95, dann kriegt man wenigstens ein Produkt und eine Position und hat die Sili-Mitgliedschaft sowieso. Einen Monat die App, die ist kostenlos und eine Probepackung mit einem schönen Stift und eine Flasche Swish, zwei Sprays ihrer Wahl. Und normalerweise, der Mitgliedspreis wäre 139, also sparen Sie 50 Dollar und der Verkaufswert wäre 132 und das BV oder Punkte ist 67. Also das ist mal schon so ein Anfang und ich nenne das das Think-About-It-Kit, das Starter-Kit oder ich denke mal drüber nach-Kit oder ich will das ausprobieren. Aber das nächste ist ein bisschen größeres und je größer man geht, desto günstiger wird das einzelne Produkt. Also das Intro Pack, das ist 359,95 und das enthält auch wieder die Mitgliedschaft, drei Monate App und fünf Probepackungen und fünf Stifte und dann so ein Swag Pack mit einer Mütze oder mit Stiften, so halt Marketing-Materialien. Vier Flaschen Swish, fünf Sealy Sprays und dann der reguläre Mitgliederpreis ist 412 Dollar, Sie sparen 112, Verkaufswert ist 515, aber jetzt wird es interessant. Weil das Startspezial, also es ist ganz, ganz toll, was die gemacht haben hier, der Brandy Marcia, Sie starten hier mit einem Promotionsrang C3 für 30 Tage. Also warum nicht, wenn Sie ein Netzwerk bilden wollten, warum nicht für die gleiche Arbeit, dann aber nicht nur als Member bezahlt zu werden, sondern schon als C3 für 30 Tage. Also super Initiative für gleich in Aktion zu kommen und der Business Volume oder Punkte ist 225. Aber jetzt wird es noch interessanter, weil das Networker Pack für 719,95 Dollar erhält mehr Produkte, wie gesagt, die Mitgliedschaft wieder und dann sechs Monate das App dann und zehn Probepackungen und fünf Stifte und wieder so ein Materialien für Marketing. Deswegen acht Flaschen Swish, zehn Sealy Sprays je zwei und der Mitgliedspreis ist 769 wäre dann und Sie sparen 170 Dollar und der Verkaufswert, wenn Sie das Ganze jetzt verkaufen würden, ist 1030 Dollar. Aber jetzt wird es interessant für die Networker oder die Leute, die halt sich was aufbauen wollen hier, der Promotionsrang von C4 für 60 Tage. Warum nicht? Ja, und dann das Business Volume ist 450, also 450. Jetzt kommen wir zum Pro Pack. Das ist halt für die Networker ganz interessant, weil wir haben so angefangen und die meisten Leute, die zu uns kommen, fangen auch mit diesem an, weil die Produkte dann einzelner billiger werden, weil man mehr als fast zu ihrem Bulk einkauft. Und man hat den Rang von C5 für 90 Tage. Also hier kriegt man die Mitgliedschaft wieder kostenlos. Zwölf Monate App mit CRM, zwölf Probepackungen und fünf Stifte, wieder das Marketingmaterial, zwölf Flaschen Swish und 15 Sealy Sprays. Also man hat mehr zum Probieren, zum Teilen, vielleicht sogar so schon zum Verkaufen. Und der reguläre Mitgliedspreis ist 1.155, das heißt, Sie sparen 255 Dollar und der Verkaufswert hier ist 1.545 Dollar. Und jetzt halt nochmal jemand, der wirklich ein Netzwerk aufbauen will, hier, hier, das ist die beste Option, weil man halt den Rang von C5 von Tag 1 dann für 90 Tage hat, bis man das dann organisch dann hat. Aber drei Monate ist lange. Also wie gesagt, das waren jetzt die Informationen hier für Sie. Ich will ganz, ganz, will ich Sie recht herzlich willkommen heißen bei Cili by Design. Wir machen einen Unterschied bei Leuten, für die Leute in ihrer Gesundheit, aber auch in ihrem Bankkonto. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und wie gesagt, herzlich willkommen zu Cili by Design. Und melden Sie sich zurück zu der Person, die Sie eingeladen hat zu diesem Webinar. Und holen Sie sich Ihre Position in dem Netzwerk so schnell wie möglich, weil wir bauen das ganz, ganz groß auf. Und das geht jetzt immer schneller. Also ich sage dann guten Tag oder guten Abend. Und wie gesagt, herzlich willkommen. Danke, Elisabeth. Danke. Danke.